Sarah Connor schockte ihre Fans mit einem Instagram-Post. In einem kurzen Videoclip singt sie die Worte, es ist vorbei, bye-bye. Dazu schreibt die Sängerin außerdem, Ihr Lieben, ich habe etwas zu verkünden. Zu viel möchte ich nicht verraten, nur am Freitag erscheint mein Abschiedssong Bye-bye für euch. Ein Abschiedssong? Viele Fans zeigen sich von dieser Ankündigung besorgt. Verabschiedet sich Sarah mit diesem Lied tatsächlich von der Bühne? Oder gilt das Bye-bye etwas ganz anderem? In den Kommentaren äußern die Fans erste Vermutungen und diskutieren wild über den möglichen Abgang der Sängerin. Abschiedssong? Hörst du auf mit der Musik oder verabschiedest du das blöde Jahr? Vielleicht ein Abschied von 2020 und ein Abschied von Corona? Als würde sie sich aus der Musik zurückziehen, während sie ein Album aufnimmt und eine Tour plant. Was meint ihr? Verabschiedet sich Sarah diese Woche wirklich? Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.